Mit WindCourse gehen wir einen komplett neuen Weg in der Energiewende. Die durch Windkraft erzeugte Energie wird direkt in Rechenleistung umgewandelt, genannt Power to Bytes. Das Tandem Westfalen WindIT und die DTM Group haben hierzu einen Serverraum direkt in die Windmühle designt. Wir zeigen Ihnen die Planung und die Realisierung des Projekts. Entspricht die Realisierung Ihren Erwartungen? Der Start der Bauphase und die Realisierung der letzten drei Wochen war sehr professionell und wir gehen davon aus, dass auch die Inbetriebnahme genauso verlaufen wird. Unsere Vision war es, den grünen Strom an Ort und Stelle zu verbrauchen, ohne diesen über weite Wege und verlustbehaftet durch die ganze Republik zu transformieren. Wir geben damit den Raum und die Infrastruktur für hochverfügbare IT-Applikationen und IT-Betrieb, gepaart mit grünem Strom. Das nachhaltigste IT-Konzept am Markt Neben dem extrem effizienten und sicheren Aufbau kann das Konzept auch durch seine laufenden Kosten punkten. Rechenzentren im 24-7-Betrieb werden vor allem anhand der Stromkosten bemessen. Durch das vorgestellte Konzept lassen sich die Betriebskosten enorm senken. Überzeugt einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und dabei selbst Einsparungen zu realisieren? Dann kontaktieren Sie uns unter www.dtm-groove.de